Jo Leute, so präzlig! Willkommen zu diesem neuen Video! Es ist um 4 von 8 Uhr am Samstagmorgen vor der Herbstferi. Ich habe jetzt einen Monat und drei Wochen gearbeitet. Ja, Mäusen. Und wir gehen jetzt nicht nach Frankreich, sondern nach Frankreich. Nicht nach Südfrankreich, sondern nach Frankreich. An den Kanal de Bourguignon. Go Houseball fahren. Und ich habe mal einfach so berat gedacht. Ja, ich nehme mal mit. Nein! So Leute, jetzt sind wir in Möl. Oder wie heisst das? Wir sind kurz vor der französischen Grenze in Basel. Und was? Möl? Die Grenze ist gar nicht so weit, Mann. Und ja, wir gehen eins und brünzeln. Und dann? Ja, wir gehen in die Fünf-Günen. Das ist vielleicht kein Fünf-Günen. Das ist absolute, was ihr passiert. Oder wie ich bin. Und dann? Ja, ich habe sie gehört. Du siehst? Und dann ist es, ja, ich bin nicht so weit, wenn du siehst. So Leute, wir sind im Hafen angekommen. Wir sind jetzt ein Stückchen gefahren. Ich filme erst morgen wieder und darum sehen wir... Hi! Er hat gehört, dass wir von Holland stehen. Wieso? Und wir sehen uns morgen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.